Und damit, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Evil Within. Da wünsche ich uns jetzt sehr viel Spaß mit The Evil Within und... Riecht wie Blut. Blut. Der Tag aller Tage ist gekommen. Wir als Detective stürzen uns direkt hier auf die Videoaufzeichnung. Hoffentlich auch aus der Frauenumkleide. Also es ist natürlich unser Detective, der das sehen will. Ich habe damit nichts zu tun. Können wir den essen? Schade. Das nenne ich mal ein wortwörtliches Blutbad. Haha. Komm runter. Bob. Er hat seine Medikamente wieder nicht genommen. Große Fresse. Verdammte Scheiße. Nein. 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 Ich sagte nein. Bitte. Bitte Bob. Bob. Sie werden gerufen. Die neue Barbie-Kollektion am Eingang ist eingetroffen. Hahaha. Natürlich. Heißer Hintern. Hahaha. Mach ich nicht. Haha. Voll nochmal in die Klöten rein. In Liebe. Batman. Einmal im Kreis gedreht. Ja. So macht man das. Ja. Brenn. Peng. Peng. Ja. Trotzdem. Lass mich spielen. Peng. Peng. bei dem Mann vor dem L-A-G-E-R-F-E-U-I-R-L-E-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller. Denn aus dann wird es zum Hit. Darum singst du. Hörst doch ganz einfach mit. Boom. Boom. L-A-G-E-R-F-E-U-L-E-D-Lied. L-A-G-E-R-F-E-U-L-E-D-Lied. Okay. Was liegt denn da Schönes? Hey, hey. Prepare your anus. Hehehe. Hoia. Hehehe. Ha 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 ha. Super schöner Zombie. Zombie, du siehst mich doch nicht. Denn du hast ein Arschgesicht. Ja, komm doch. Putschi, Putschi, Putschi. Pupi, 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 pupi. Hehehehe. Brenn, du Ficker. Ha! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war das nicht. Genau, mein Typ Frau. Da lief doch was. Gib's doch zu, Sebastian. Komm. Und weil wir ihn nochmal leiden sehen wollen. Boah. Mach dich schlucker. Mach dich schlucker vom Mocker. Bedeutet... Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Bomben ausweichen. Das Story zum rechten Zeitpunkt. Ihr Spielberater. Pupi, du bist eilig. Und du stehst da so voll steif. Ah. Da camp mal wieder einer. Immer diese Multiplayer-Camper. Ich kann es nicht ab. Er ist tot. Und er brennt. Und er gibt uns Munition. Mein Gott, der war aber nett. Hier kommt niemand rein. Wir haben geschlossene Gesellschaft. Okay, sie dürften auch durchs Fenster einsteigen. Finde ich nicht gut, ne? Finde ich nicht gut. Könnten sie bitte wieder mein Haus verlassen? Mein Hab und Gut. Bitte steigen sie wieder aus. Dankeschön. Brenn doch. Ja, ja. Brenn doch. Es tut mir so leid. All die Schnauze und brennen. Ich kack dir auf den Tor. Er ist tot. Er hat sich aufgelöst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Ich dachte, dass wir im Bett laken. Detective Castellanos. Wesley müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Detective. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.